So, haben wir heute wieder einen schönen Juli-Tag in der Nordsee. Es ist Sommer, die Sonne scheint, wir sehen gemütlich Richtung Borkum. Hier sieht man schon den Strand. Die Kinder sind auch gut drauf, alles gemütlich hier, die ist schön hier im Sommer in der Nordsee, herrlich, am meisten freut sich unser Windgenerator.